Fünf kostenlose Plugins fürs Mastering oder für deinen Masterbus. Handverlesen von einem Mastering-Profi und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording-Vlog und los geht's! Tach und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Vlog, meinem Kanal, in dem ich dir mit meinen Tipps und Tricks dabei helfen möchte, dafür zu sorgen, dass deine Musik demnächst genauso gut klingt wie die Großen im Radio und ist der Mix erst einmal abgeschlossen, dann kommt man nochmal an die letzte kleine Feinarbeit ran ans Mastering. Der eine oder andere macht sein Mastering gleich selber, der andere wiederum nimmt sich die Dienste eines Spezialisten, eines Mastering-Engineers, wie zum Beispiel von unserem Freund Björn Schlüter vom Storia Mastering-Studio. Gruß übrigens an dieser Stelle an Björn. Und wiederum andere laden sich einfach ein paar Wohlfühl-Plugins auf den Masterbus, noch einen Limiter drauf zum Lautmachen und schon sind sie zufrieden. Ich gehöre ehrlicherweise zu den letzteren, habe mich aber trotzdem dafür interessiert, welche Plugins wohl so ein Profi benutzt. Und zwar nicht die Plugins, die wirklich furchtbar viel Geld kosten, genauso viel Geld übrigens wie die 19 Zoll Geräte, die sich die Spezialisten, die audiophilen Mastering-Engineers in ihre teuren Racks reinbauen. Die sind ja auch gerechtfertigt, aber es gibt auch durchaus Plugins, die kostenlos sind und trotzdem auf Profi-Level funktionieren. Um herauszukriegen, welche Plugins das sind, bin ich ins Storia Mastering-Studio zu Björn Schlüter gefahren und habe es mir einfach mal aus erster Hand vom Profi erzählen lassen. Und Björn verrät mir nicht nur, welche fünf Plugins er regelmäßig benutzt und die auch noch kostenlos sind, nein, er verrät auch, wann und wie er sie einsetzt und verrät auch den ein oder anderen Trick dabei, wo man seinen Mix damit vielleicht ein bisschen aufpolieren kann. Und zu guter Letzt am Schluss verrät er auch noch, worauf er genau achtet, wenn er einen Mix auf die letzte, auf die maximale Lautheit für das jeweilige Genre anhebt. Also es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Und jetzt gehen wir erstmal rüber ins Storia Mastering-Studio zu Björn Schlüter. Viel Spaß! Und da sind wir schon hier im schönen Storia Mastering-Studio. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder hier sein dürfen, lieber Björn, dass wir hier dir mal ein kleines bisschen über die Schulter schauen dürfen und heute, wie gerade schon gesagt, uns fünf kostenlose Mastering-Plugins angucken können. Mastering klingt ja immer so nach teuer, nach viel Geld, teures Equipment, kann man hier auch sehen, viel Equipment im Schreibtisch aufgebaut, im Schreibtisch ja im Mixtisch aufgebaut. Und da wird sicherlich der ein oder andere Taler auch reingeflossen sein, den du dir vorher mühsam erarbeitet hast wahrscheinlich. Definitiv, ja. Aber ist ja gut angelegt. Aber man kann durchaus auch mit Hausmitteln, also mit kostenlosen Plugins eine ganze Menge erreichen. Und Björn hat uns mal seine Top 5 heute zusammengestellt. Und schauen wir doch einfach mal drauf, was du uns zusammengestellt hast. Wir arbeiten mit Studio One, wie ich hier gerade sehe. Und du hast hier in deiner Oberfläche auch fix integriert, diese VU-Meter, die besprechen wir zwar heute nicht, aber du hast fünf andere Schätze für uns vorbereitet. Ganz genau. Also es geht um fünf kostenlose Mastering-Plugins, nicht DAW-Interne, also nicht die mitgeliefert sind. Das heißt, mit der Artist-Version kann man sie nicht laden. Da muss man zumindest die Erweiterung für die Dritt-Plugins haben. Also nur für die Artist-Leute unter euch, die sich schon freuen, dass die fünf kostenlose Plugins sich installieren wollen. Das geht leider nur mit der Erweiterung, die ihr zukaufen könnt, falls ihr die Artist-Version haben solltet. Kleiner Tipp meinerseits, aber das reicht dann auch eigentlich völlig aus. Artist-Version und die Dritt-Plugins-Erweiterung, kann ich nochmal einen Link unten in die Videobeschreibung reinpacken. Das könnt ihr euch installieren. Dann braucht ihr euch die große Professional erstmal gar nicht kaufen. So viel nur dazu. Aber du hast die Professional-Version 4 wahrscheinlich. Ganz genau. Das ist noch die 4er-Version. Genau. Also wie gesagt, es geht um fünf kostenlose Plugins, die man sich einfach im Internet runterladen kann. Die gibt es alle, soweit ich informiert bin, für Windows und für Mac. Ist ja auch immer ganz wichtig. Und genau, starten wir mal direkt mit dem ersten. Plugin, was ich hier nach dem VU-Meter drin habe. Das ist der Coral Baxter, ein Equalizer vom Plugin-Hersteller Acoustica Audio. Die sind ja momentan relativ bekannt oder auf dem Vormarsch für ihre analogen Emulation. Das ist auch eine Emulation eines, wie der Name schon sagt, eines Backs EQs. Das heißt, sehr, sehr weiche Filter, beziehungsweise, also es gibt einen Low-Card- und einen High-Card-Filter, die sehr weich sind, also sich fürs Mastering sehr, sehr gut eignen. Und eben auch diese beiden Backs-Kurven, also diese besonderen Shelf-Kurven, die sehr, sehr weit auch auslaufen, sind super geeignet. Also hier von links nach rechts, der Low-Card, den ich eigentlich bei jedem Projekt, was ich mastere, benutze. Ja, je nach Genre, 24 ist meistens sehr, sehr gut, wie gesagt, ein sehr, sehr weicher Filter. Kann man aber auch höher gehen, je nach Musik-Genre. Ich würde ja erst mal sagen, Low-Card irgendwie, das schneidest du untenrum alles ab, wenn du bei einem fertigen Mix bist, also bei einem normalen Instrument im Mix, würde man ja sagen, Low-Card ja geschenkt irgendwie, aber beim Mastering ein Low-Card, aber es macht schon Sinn, untenrum aufzuräumen. Ganz genau, je nachdem, wenn man sehr, sehr viele Sub-Bass-Anteile hat, dann macht es auf jeden Fall Sinn, zumindest dann wirklich das unerwünschte Gerumpel, sag ich jetzt mal, dann einfach im Griff zu haben. Es ist halt mehr so eine Sicherheitsgeschichte auch. Manchmal braucht man es dann wirklich, sieht man dann auch auf dem Analyzer oder hört man auch dann dementsprechend auf Subwoofern natürlich sehr, sehr gut, was da ganz unten passiert. Genau. Dann kommt hier schon quasi der Low-Shelf mit einigen fixen Frequenzpunkten, wo man eben hier bis zu 5 dB rein- oder rausdrehen kann. Ist super, um einfach so ein bisschen Balance zu machen. Wenn der Mix so ein bisschen mehr Bass braucht oder ein bisschen mehr Höhen, ja, da kommen wir schon quasi zum Höhenband hier vorne. Sehr, sehr schön die 18 Kilohertz Position, die eben dort oben startet, aber viel, viel weiter runter im Frequenzgang mit Sicherheit noch bis 4, 5 Kilohertz runterreicht. Zu weit runter. Ja, definitiv. Das bringt dann richtig Luft und richtig Klarheit wahrscheinlich. Sehr schöne Transparenz, ja. Sehr, sehr beliebt, aber auch die Zwischenstellung hier, 3, 4 Kilohertz, je nachdem, wenn man einen Mix hat, der einfach vielleicht ein bisschen zu, ja, ein bisschen muddy ist, ein bisschen wenig Transparenz und Präsenz hat, dann kann man das gut einsetzen. Super. High-Cut-Filter ist auch mehr so eine Sicherheitsgeschichte, die man machen kann natürlich, aber gerade im Mastering benutzt man das auch gerne, um vielleicht so ein bisschen, wenn es jetzt wirklich sehr, sehr überproduziert im Höhenbereich ist, dass man es einfach ein bisschen weicher macht, weil wie gesagt, auch da, das ist ja kein Brickwall-Filter, der einfach alles abschneidet ab der Frequenz, sondern das ist ein ganz, ganz weicher, ja, sehr, sehr weicher Filter, der da eingesetzt wird. Wenn der Produzent sagt, ein bisschen mehr Vintage-Feel, dann drehst du einfach ein bisschen mehr. Dreh ich ein bisschen was raus. Genau. Und in der Mitte ein ganz, ganz wichtiger Schalter, wie bei fast jedem Plugin von Acoustica Audio, was ja auch so ein bisschen abhebt, von anderen analogen Emulationen. Pre, also das steht eben für den Preamp, das heißt, dort wird auch die Eingangs- beziehungsweise Ausgangsverstärkerstufe, je nachdem, was es eben für ein Gerät ist, was dort emuliert wird, was dann eben noch diese harmonischen Obertöne und eben letzten Endes ein analogeres Gefühl, analog ist auch nicht immer positiv zu assoziieren, unbedingt. Ein bisschen Geschmack an den Fokus. Genau, habe ich prinzipiell fast eigentlich immer aktiviert. Gefällt mir einfach gut, macht es griffig. Also wie gesagt, ein sehr, sehr tolles Plugin in der kostenlosen Version, leider in Anführungsstrichen nur als True Stereo. Also wenn ich jetzt hier drehe, betrifft das natürlich links und rechts. Also es gibt auch eine Variante, die kostenpflichtige, die dann Mid-Side auch kann? Die kann Mid-Side, ganz genau, oder Dual Mono. Aber wer natürlich zum Beispiel unser Mastering-Template auch kennt, was es ja im Recording-Blog auch gibt. Im Premium-Bereich, genau. Ganz genau. Man kann sich ja in Studio One oder auch in jeder anderen DAW eine MS-Matrix, also eine Mitte-Seite-Matrix selber bauen. Und genau, dafür kann man das dann natürlich auch einsetzen. Braucht man eben dann zwei Instanzen des Plugins. Das ist auch der einzige Nachteil, in Anführungsstrichen, von Akustiker-Audio-Plugins. Die brauchen schon sehr, sehr viel Rechenleistung. Also die sind schon sehr CPU-lastig. Also mit anderen Worten, im Mastering einsetzen, nicht im Mix einsetzen. Je nachdem, wie viel Power dein Rechner hat. Ich wollte gerade sagen, davon jetzt vielleicht 30 Instanzen auf jeder einzelnen Spur wird dann schon vielleicht... Kannst du schon checken, was dein Rechner drauf hat auf jeden Fall. Kann man schon mal schauen. Genau. Wie gesagt, sehr, sehr zu empfehlen, dieses Plugin, einfach um ein bisschen Balance in den Mix zu kriegen oder ein bisschen Luft reinzudrehen. Sehr schön. Da weiß ich ja schon, was ich mir jetzt installiere, wenn wir hier gerade raus sind aus dem Studio. Ganz genau. Super. Dann geht es direkt weiter mit einem Plugin, was vermutlich zumindest die fleißigen Zuschauer im Recording-Blog definitiv auch von dir schon mal gesehen haben. Absolut. Den TDR Nova. Das fleißige Bienchen im Werkzeugkoffer, ne? Definitiv. Also unfassbar. Es gibt eigentlich fast nichts, was dieser Equalizer nicht kann. Auch die einzige Begrenzung, die er hat, sind, dass es nur vier Bänder dort gibt. Aber da kann man mit einer zweiten Instanz zur Not ja auch nachhelfen. Aber im Mastering, naja, wenn ich mehr als vier Bänder brauche, ist dann schon meistens irgendwas faul eigentlich. Solltest du mit dem Senden und mit dem Recording-Engineering reden. Da kann man dann nochmal nachsteuern. Auch hier Hypass-Lopass-Filter, vier völlig frei konfigurierbare Bänder, ganz normal mit den Werten, die man natürlich kennt, als statischer Equalizer und eben mit der Möglichkeit, jedes Frequenzband auch dynamisch zu machen. Das ist großartig, ja. Und ich finde sogar, viele werden sagen, ja, da habe ich zum Beispiel den FAP-Filter ProQ3, der kann das auch alles. Ja, aber tatsächlich hat der TDR Nova ein Feature, ein ganz wichtiges Feature, finde ich. Aufgepasst. Genau, was der ProQ3 nämlich nicht hat. Der ProQ3 kann auch dynamisch, aber du kannst dort bei den dynamischen Bändern kein Attack, kein Release und kein Ratio einstellen. Das ist richtig. Das haben sie nämlich für den Multiband-Kompressor vorbehalten, den man natürlich auch separat kaufen kann, den Pro MB. Und damit man die, den ProQ3 nicht einfach als Ersatz für den Multiband-Kompressor nimmt, haben sie das Feature ein bisschen abgespeckt. Der ist gut. Funktioniert super, aber natürlich müssen die auch gucken auf ihre Produktpalette an der Stelle. Selbstverständlich. Aber wie gesagt, das ist ein ganz tolles Feature, wo ich gerne dann auf den TDR Nova zugreife, gerade wenn es dann um Frequenzen geht, die besonders tief sind oder besonders hoch, wo ich dann wirklich den Einfluss zu 100% haben möchte auf die Einstellungen oder greife eben zum Multiband. Aber wie gesagt, völlig kostenlos dieses Plugin. Man kann TDR Tokyo Down Records heißt es, glaube ich. Kann man auch finanziell unterstützen. Es gibt auch eine sogenannte Gentleman's Edition, glaube ich. Die, die mehr drauf hat, glaube ich, zwei Bänder mehr oder so. Genau, hat noch ein paar andere Features, glaube ich. Ist aber auch nicht teuer. Also wenn man das, wenn man die unterstützen möchte, ganz toll. Man kann den Equalizer auch Mono beziehungsweise im Diff-Signal oder Dual-Mono betreiben. Das ist wirklich super. Auch mit einem Analyzer, den man ein- und ausschalten kann hier an der Seite, dass man dort das Input-Signal sozusagen sich anzeigen lassen kann oder das Output-Signal oder ein Sidechain. Also das ist wirklich ein wahnsinnig... Macht wirklich eine ganze Menge her. Ich habe schon mal ein separates Video dazu gemacht. Falls du dich dafür interessierst, kann ich es dir gerne mal oben einblenden. Kannst du mal drauf gucken. Da bin ich noch mal ein bisschen genauer auf die einzelnen Features eingegangen und habe es auch mal gezeigt am Beispiel. Genau. Aber wirklich ein fantastisches Tool. Da kann man wirklich überhaupt nicht meckern. Das ist wirklich sehr großzügig von den Programmierern, so eine voll ausgestattete Variante da kostenlos zur Verfügung zu stellen. Mittlerweile gibt es auch die MK2 übrigens. Und kleiner Tipp meinerseits, wenn ihr Studio One benutzt, Studio One hat keinen, also nach meinem Wissen, aktuellem Wissen, die Version 5 habe ich ja noch nicht, hat keinen vernünftigen DSer an Bord. Dementsprechend könnt ihr den Tokyo Dawn Records Nova, den TDR Nova, auch super als Ersatz für einen DSer nutzen mit seinem dynamischen Feature. Definitiv. Grandios. Gibt es sogar, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, gibt es hier nicht sogar irgendwo ein Preset. Da, DSer, Splitland und Link. Also wirklich alles an Bord. Genau. Dann geht es weiter, auch wieder mit einem Equalizer. Man merkt schon... Dicke Knöpfe sehen aus wie Pultec. Ganz genau. Also man sieht schon, da ist irgendwie ein zumindest Pultec-ähnliches Gerät, hat dort Pate gestanden, wenn man so will. Steht doch aus. Zepun. Zepun, ja. Zepun, Zepun, wie auch immer. Auch wieder von der italienischen Plug-in-Schmiede Acoustica Audio. Ist noch gar nicht so lange veröffentlicht, dieses Plug-in. Ist ein unheimlich klangfärbendes Tool. Also so, wie es aussieht. Also genauso, wie es aussieht. Das ist nicht um Transparenz gewillt oder ist nicht die oberste Priorität. Ganz klassisch, oder sagen wir mal, erst mal klassisch, wir haben die Möglichkeit, im Bassbereich eine Anhebung zu machen, also zu boosten oder eben abzusenken, einen Cut zu machen. Ist das dann auch so Pull-Tec-technisch verschaltet, die beiden? Ne, das ist dann genau der Unterschied quasi zu einem Pull-Tec, wirklich einem Pull-Tec-EQ, wie wir den kennen, in verschiedenen Emulationen. Das heißt, es gibt keine Frequenz, die sich zu 100% überlagert. Wenn man hier schaut, der Cut, der geht wirklich erst bei 150 los. Also das überschneidet sich in dem Sinne nicht, ist aber ein ähnliches Prinzip. Okay. Und wenn man vielleicht einen etwas sterileren Mix hat, den man mastern möchte, vielleicht mit sehr viel Samples, mit sehr viel, naja, sagen wir mal, vielleicht nicht ganz so viel Attitüde, dann kann man durchaus dieses Plug-in hier bemühen. Hat auch wieder diesen Schalter Pre, das heißt, dort wird auch wieder ein Germanium-Pre-Am, wenn mich nicht alles täuscht, dort emuliert. Bringen die dann auch ein bisschen Rauschen mit? Tatsächlich nicht viel. Okay. Also, Weil oft wird ja analoge Nachbildung auch immer mit einem gewissen Rauschen verbunden. es gibt gewisse Plug-in-Hersteller, die ich jetzt mal namentlich nicht nenne. Die haben einen gewissen Schalter meistens an Bord, der dann analog einfach heißt und wenn man den einschaltet, dann hat man auf jeden Fall erstmal ein gewisses Grundrauschen im Signal. Aber wie du ja hier siehst, zum Beispiel wird man auf dem Video vermutlich jetzt nicht so gut sehen, auf meinem Analyzer, dort passiert zumindest bis knapp minus 90 dB nichts und von daher brauchen wir uns da gar keine Sorgen machen. Ganz, ganz tolles Tool. Auch natürlich Pull-Tec-ähnliche Equalizer sind ja auch bekannt für die Höhen, für die seitigen Höhen. Ganz, ganz tolles Tool. Kann man auf jeden Fall empfehlen. Vielleicht sogar nicht nur fürs Mastering. Ich benutze den auch sehr, sehr gerne zum Beispiel im Stem-Mastering, um den Bass, also zum Beispiel einen Zünd-Bass, E-Bass oder auch die Kick einfach ein bisschen fetter zu machen. Ich wollte gerade sagen, so ein Pull-Tec kann ja auch ziemlich zugreifen. Der kann wirklich zugreifen. Der ist ja jetzt nicht so filigran wahrscheinlich wie der Bugs-EQ, den du gerade gehabt hast, sondern... Das sieht man auch schon an den Werten. Hier geht es von 0 bis 10. Ich weiß jetzt nicht, ob das 1 zu 1 dB-Steps sind. Wahrscheinlich nicht. Aber bei dem Bugs-EQ haben wir schon gesehen, da ist nur ein Boost oder Cut mit 5 dB vorgesehen. Also da sieht man schon so ein bisschen, was da so das Ziel ist oder was das Hauptgebiet ist für dieses Tool. Aber wirklich klingt toll, kann funktionieren, ist jetzt nichts, was ich sage, das kann man immer draufwerfen und es funktioniert immer, weil es schon wirklich einen dicken Stempel aufdrückt. Ja, aber wenn du eine komplette Digitalproduktion haben solltest, die komplett im Rechner entstanden ist und wo nur die Stimme tatsächlich das einzige analoge Element ist, dann kannst du auf jeden Fall damit richtig schön Feeling reinbringen. Definitiv. Gut. Ganz genau. So, dann geht es weiter. Verabschieden wir uns sozusagen von den klangbeeinflussenden Tools, sagen wir mal, und gehen so ein bisschen in das Analysieren und in das eventuell analytische Sehen und Hören. Da gibt es das Plugin BX Solo vom deutschen Plugin-Hersteller oder Programmierer oder Programmierer Brainworks. Unter der Flagge von Plugin Alliance. Genau, Plugin Alliance. Dort muss man sich dann registrieren, aber kann dieses Plugin auch zu 100% kostenlos nutzen. Genau. Für mich, das Main Feature sozusagen dieses Plugin ist einfach, dass ich dort das Mittensignal, also das summierte Monosignal und das Diff, das Seitensignal getrennt abhören kann. Wir können ja mal hier ein Stück von der Musik spielen lassen, von dem Titel Sand Tropee am Baggersee. Ja, übrigens aktuell gerade die Stamps des Monats im Recording-Blog-Premium-Bereich kannst du als Premium-Mitglied, schicke ich auch mal einen Link unten in die Videobeschreibung rein, wenn du Premium-Mitglied sein solltest, dann kannst du auf die einzelnen Spuren von diesem Song zugreifen und kannst dir die runterladen und kannst mal selber mischen, weil nix ist besser als Übung und Übung macht den Meister und ihr kennt ja alle die 10.000-Stunden-Regel, wenn man was gut können will, dann muss man 10.000 Stunden gemacht haben. Ich weiß nicht, ob du die schon zusammen hast, aber du wirst dem schon nahe gekommen sein. Und wer üben will, braucht natürlich auch Material. Das findest du als Mitglied im Premium-Bereich definitiv mehr als genug. Da gibt es Unmengen an Songs zum selber mischen, natürlich die ganzen Tipps und Tricks und jede Menge andere Bonus-Features. Schau gerne mal rein, Link unten in der Videobeschreibung und da findest du alles unter anderem jetzt im August die Stamps von Saint-Tropez am Baggersee, dem Song, mit dem wir alle mal sagen, wir bleiben einfach mal zu Hause und machen es uns hier lecker, weil hier ist es auch schön. Hören wir mal rein. Übrigens im Original gemischt. Was heißt im Original? Also das, was ihr jetzt hört, gemischt von Jonas. Ich hab's gemischt. Ich durfte es dann nachher mastern, also von daher ist es nochmal besonders spannend. Damit wir uns aber nicht ganz mit fremden Federn schmücken an dieser Stelle. Der Song ist im Original aus den 80ern von den Rottgau-Monotons unter anderem wirklich damals für uns ein Welthit gewesen. Wirklich ein Knaller, der Song des Sommers damals, ich glaube 83 muss es gewesen sein. Ich wollte gerade sagen, das ist leider etwas zu früh gewesen. Aber hören wir mal rein. Hören wir mal rein, genau. Genau, und jetzt kann man eben hier an der Stelle ganz, ganz toll einfach mal nur auf das Mono-Signal zu sein. Sehr toll, um zu checken, was ist Mono noch alles da, was allein vorhanden natürlich. Bin ich monokompatibel mit meiner Produktion? Damit kann man das gut checken, aber fast noch wichtiger finde ich persönlich ganz oft im Mastering den Button, der daneben ist, nämlich S-Solo, dass man das Seiten-Diff-Signal-Solo anhört, weil das wird oftmals ein bisschen stiefmütterlich betrachtet. Es werden ganz viele Sachen, ganz viele Reverbs, Halt-Sachen werden an die Seiten gemischt, möglichst viel Stereo-Breite, Delay-Sachen und da entsteht meistens einfach eine gewisse Untransparenz, so muss ich sagen einfach, dass sich da ganz, ganz viel im Mittenbereich, 300, 400, 500 Hertz hochschaukelt und dafür sorgt, dass der Mix eben nicht groß, breit und strahlend klingt, sondern dann irgendwie auch breit, aber eben trotzdem auf einer sehr kleinen Bühne. Also es ist irgendwie sehr breit und die Korrelationsanzeige zeigt auch an, dass man fast nicht mehr monokompatibel ist, dass sehr, sehr viele Sachen dann eben nicht mehr in Phase sind und deswegen nutze ich das sehr gerne und da können wir auch noch mal reinhören, wie das klingt, wenn wir hier mal nur die Seiten mal abhören. Genau. Jetzt hier Habe ich hier gar nicht so nass gemacht, wie ich gedacht habe. Ganz genau. Und da hört man dann auch an dem Seitensignal, natürlich gibt es da auch verschiedene Philosophien, aber es macht immer Sinn, jetzt keine großartigen Subbas-Informationen zum Beispiel im Seitensignal zu haben. Wie gesagt, kann man jener Genre natürlich machen. Ich bin da immer ein Fan von, wenn wirklich der ganz untere Bereich dann an den Seiten nicht mehr stattfindet, eben aus diversen Gründen. Kann man super checken, auch um zu schauen, okay, kann ich vielleicht an den Seiten einfach noch ein bisschen Offenheit, ein bisschen Glanz reindrehen, damit das Ganze einfach auf eine viel größere Bühne kommt. Das ist einfach, dass der Vorhang nochmal so einen Meter weiter aufgeht, ist so meine Assoziation damit. Ich überlege gerade, ist der TDR Nova, der ist doch auch Mitte-Seite-tauglich. Ganz genau. da kann man nämlich das Differenzsignal oder die Seitenanteile, kann man dann tatsächlich auch separat bearbeiten. Du kannst zum Beispiel, brauchst gar keinen Stereo-Breite-Knopf zum Beispiel, du kannst einfach mit dem TDR Nova einfach im Seitensignal ein kleines bisschen, musst du vorsichtig sein, ein kleines bisschen die Höhen anheben, so wie Björn das gerade macht und schon wird der Song insgesamt breiter wirken. Aber achte, nicht mehr als 3 dB, weil danach hebt sich der Effekt mehr oder weniger auf und das Ganze verliert dann schon wieder. Da muss man sehr vorsichtig sein. Das Schöne ist, beim TDR Nova kann man auch bis an die 40 Kilohertz rangehen. Die man nicht hört. Genau, das ist ja eben wieder nur die Startfrequenz des Bandes und je nachdem, wie man den Gütefaktor einstellt, sieht man ja auch rechts an dem Band kann man auch hier schon ab 5, 6 Kilohertz beginnt das. Das wäre zum Beispiel etwas, viele kennen vielleicht den Mark EQ von dem skandinavischen Hersteller, der hat auch dieses Airband mit 40 Kilohertz und das ist im Prinzip ganz genau und das ist im Prinzip dieses, es ist im Prinzip dieses Prinzip, ganz genau. Genau, aber wie gesagt, das dann nur auf dem Seitensignal und du kannst sofort ein bisschen mehr Breite, ein bisschen mehr Luft reinbringen in dein Mix, ohne dass du irgendwie die S-Laute zum Beispiel von deinen Vocals, die ja meistens in der Mitte sind, anhebst oder sonstige Schwierigkeiten bei der High-Hat hier reinzauberst, die oft in die Mitte gemischt wird. Also da kann man echt eine ganze Menge Einfluss mit machen und eben mit dem Solo dann überprüfen. Definitiv ein tolles Tool. Es gibt auch diese Stereo-Riff, also Stereo-Breite, die man hier beeinflussen kann. Allerdings muss man sagen, in der kostenlosen Version dieses Plugins in 50% Schritten. Das ist grob, ne? Also fürs Mastering definitiv komplett ungeeignet. Für einzelne Elemente kann das vielleicht Sinn machen, aber auch da würde man dann eher zu der kostenpflichtigen Variante BX Control heißt, das ist glaube ich auch nicht super teuer, hat noch ein paar Features mehr. Da kann man dann die Stereo-Breite in 1% Schritten nach oben und nach oben. Hat glaube ich auch einen Lautstärke-Meter mit an Bord, wo du dann auch sehen kannst, mit EMS gemessene Pegel und so weiter und so fort. Aber wo wir gerade beim Messen sind? Was ist denn dein letztes Plugin? Dann kommen wir schon zu dem allseits bekannten und auch sehr, sehr beliebten Plugin, dem Julian Lautniss-Meter hier in der Version 2 mittlerweile. Und da steht es auch free. Das heißt, auch dieses Plugin ist komplett kostenlos. Kann man auf der Seite vom Hersteller runterladen. Es gibt auch eine Pro-Version, die auch sehr günstig ist. Ich glaube, um die 30 Euro kostet. Mit ein paar tollen Features übrigens, wie zum Beispiel der sogenannten Standalone-Messung. Das heißt, man kann dort einfach per Drag-and-Drop Audio-Files drauflegen und der zeigt einen dann die dementsprechenden Werte. Aber hier geht es jetzt ja um das kostenlose Plugin. Benutze ich tatsächlich jeden Tag. Das liegt immer bei mir hinten. Jetzt liegt es hier auf der Spur, auf der Audiospur. Ansonsten liegt es hier hinten hinter allem, was so stattfindet, im Master-Kanal Post natürlich. Und genau, die meisten werden es vermutlich kennen oder damit auch schon mal in Kontakt getreten sein mit den Zahlen. Das heißt, wir haben hier oben einmal die sogenannte Short-Term-Messung, die das Signal, auch wenn wir das jetzt mal abspielen, das, wie sagt man, ist sehr, also flattert sehr, sehr stark hin und her. Dann haben wir darunter die sogenannte Integrated-Messung, das heißt, wenn ich das jetzt mal einmal, ja, wie sagt man, einmal auf Null setze mit diesem Schalter und ich würde jetzt den Song von vorne bis hinten einmal komplett durchlaufen lassen, dann hätte ich die Integrated, also die integrierte Lautheit dieses Titels über die gesamte Dauer des Songs gemessen. Da habe ich auch schon mal ein Video übrigens zu gemacht. Ganz genau, ja. Mit dem Julian und vor allem dann auch erklärt, was es mit den LUFS, mit den Lautness-Units Full-Scale auf sich hat, was I ist, was Kurzzeit ist, Short-Term und wie du es vor allem anwenden kannst, um deinen Song für die Streaming-Dienste auf die richtige Lautheit zu kriegen. Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzugucken, auch dazu ein Link hier oben im Video auf jeden Fall. Genau und für mich, wie gesagt, hast du ja schon gesagt, es gibt da noch ein ganzes Video von dir, wo man sich das wirklich anschauen kann, aber nochmal aus meiner Sicht zwei ganz, ganz wichtige Punkte. Achtung, Spezial-Trick vom Mastering-Ingerien. Die meisten schauen eben nur auf diese integrierte Lautheit, weil eben natürlich Streaming-Dienste, dieses allgegenwärtige Thema, ja, minus 14, minus 13, was auch immer. Ich finde, zwei ganz, ganz wichtige Sachen ist zum einen die Dynamic Range, also eben der Abstand zwischen dem lautesten und dem leisesten Signal ist für mich im Mastering ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es gibt da auch ein paar andere Messverfahren oder sehr ähnliche Messverfahren, dann nennt sich das der Crest-Faktor oder sowas. Hier zeigt es eben an, den Abstand vom lautesten zum leisesten Signal und ich habe da für mich selber im Kopf, das werde ich jetzt so auch gar nicht rausposaugen großartig, ich habe da so meine Zahlen je nach Genres, wo ich so ein bisschen schaue, wo ich mich selber einfach kontrolliere, okay, sind wir da noch gut im Rahmen oder vielleicht muss ich auch noch ein bisschen Dynamik rausnehmen, einfach um es in diesem Genre, in diesem Stil dann ja auf den richtigen Wert zu bringen sozusagen, also ich überprüfe damit einfach nur das, was ich höre letzten Endes und der zweite ganz, ganz wichtige Punkt, der fast nie Beachtung, großartige Beachtung bekommt, ist der sogenannte True Peak Wert, der hier unten angezeigt wird, weil viele vergessen, dass wenn sie dann ihren Limiter einstellen, zum Beispiel auf minus 0,1 Output, also Ceiling, wie auch immer, geht nicht, ganz genau so, dass es eben gerade diese magische digitale Nulllinie nicht überschreitet, dann exportieren sie ihr Master oder ihren Mix als Wave-Datei natürlich vielleicht sogar in 44,1 32 Bit oder in 96 Kilohertz oder wie auch immer und laden das Ganze dann bei YouTube hoch oder geben das dann ihren Distributor für Spotify wie auch immer und dort findet natürlich eine Konvertierung statt dort wird keine leider außer bei dem Anbieter Tidal da gibt es ja wirklich hoch qualitative Files also Dateien da werden wirklich Wave-Dateien gestreamt aber der Rest streamt komprimierte Formate ganz genau also die sogenannten Qualitäts oder Verlust behafteten Formate vielmehr natürlich und in dieser Konvertierung diese Codex MP3 oder AAC oder wie auch immer dort wird automatisch der True Peak Wert der wird auf jeden Fall angehoben werden in diesen Codex und wenn man zum Beispiel dann mit diesen magischen Minus 0,1 dann seinen Master eben exportiert wird man zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit nachher einen positiven True Peak Wert haben und das ist schlecht weil wir alle wissen ja digital 0 ist 0 darüber geht nichts darüber kommt dann definitiv eine Verzerrung die ist dann manchmal hörbarer manchmal weniger hörbar je nachdem was für ein Material dann natürlich Welchen Wert würdest du dann anstreben für die True Peaks ich als Apple Certified Engineer also mittlerweile oder früher hieß es Mastered for iTunes MFIT heute heißt es Apple Digital Masters Engineer darf natürlich jetzt nur eine Zahl sagen die aber auch wirklich Sinn macht also ich arbeite da eigentlich fast immer mit Minus 1 dB weil ich habe da verschiedene Tests gemacht es gibt da auch Plugins die diese in Echtzeit quasi diese Codec Umrechnung machen von Sonox gibt es das zum Beispiel die braucht man nicht sage ich mal als Normalsterblicher unbedingt wenn man jetzt nicht den ganzen Teil mit Mastering zu tun hat aber als Profi macht es Sinn definitiv und ich habe da verschiedene Tests gemacht es macht schon Sinn mit diesem Minus 1 je nachdem in was für ein Format das gewandelt wird nachher wenn eventuell dann auch noch eine Sample Weight Conversion und ein Dizzling stattfindet also wenn von 48 Kilo jetzt auf 44 1 und so weiter ist man damit immer auf der sicheren Seite wenn jetzt wirklich ein Kunde ein CD Master ein reines CD Master haben will was auch digital gar nicht veröffentlicht werden soll was ja eigentlich sehr selten ist heutzutage vielleicht im Rock Metal Bereich hier und da noch oder im Orchestralen Bereich und der Kunde ein sehr sehr lautes Master haben will wo es dann wirklich auch mal auf 0,4 0,5 dB ankommt und auch die Dynamic Range nur noch bei 2 dB liegt ja ganz so schlimm sollte es dann eigentlich nicht sein im besten Fall aber kann schon mal passieren klar da kann es dann sein für ein reines CD Master dass ich dann auch schon mal auf minus 0,5 oder sowas gehe aber da check ich auch nachher das DDP Master wirklich nochmal gegen dass da auch alles gut ist dass da alles safe ist aber im besten Fall kommt es auf diese 0,3 oder 0,4 dB nicht an sondern da geht es ja dann um das Gesamtgefüge des Mixes dass da genug Energie da ist und da sollte es dann auf diese 0,2 oder 0,3 dB nicht ankommen und falls ihr darüber nachdenken solltet dass ihr dann diesen Weg beschreiten wollt diese CD wird im Zweifel dann doch an irgendeinen Radiodienst geschickt und da hast du das gleiche Problem mit den True Peaks also lieber mit minus 1 auf mit minus 1 dB auf einem sicheren Weg bleiben und wenn dem Zuhörer dem geneigten Zuhörer die Musik gut gefällt dann dreht er sie sowieso lauter dann ist es auch egal ob du das lauteste Master hast oder nicht Hauptsache die Musik gefällt ihm ganz genau so nämlich macht Sinn wie gesagt ein tolles Plugin was ich auch jeden Tag benutze was du auch regelmäßig benutzt absolut habe ich auch mit bei mir in der Kette drin und falls du jetzt Lust hast von Björn dir mal ein bisschen mehr auf deine Mixe drauf schauen zu lassen Björn bietet auch Mixkritiken an kann ich dir auch mal unten verlinken für Premium-Mitglieder gibt es übrigens pro Jahr für die Premium-Gold-Mitglieder gibt es pro Jahr eine Mixkritik sogar integriert in deine Mitgliedschaft das heißt da gibt es sogar kostenlos eine dabei es gibt eine ausführliche Mixkritik von dir du hörst auf den Song du analysierst den du machst danach eine Skype-Session nochmal eine halbe Stunde je nachdem wie lang es dauert weist auf die Probleme hin das lohnt sich also auf jeden Fall da mal zu investieren einfach mal um zu wissen wo man steht weil in den seltensten Fällen kann man ja mal direkt im Zugriff einen Mastering oder einen Mix-Ingenieur fragen hey was hältst du von meinem Song in diesem Fall ist das durchaus möglich greift dir einfach 60 Euro aus der Schatulle schenk sie Björn und er schenkt dir dann seine Zeit und sein Know-How vor allem also haben wir da auch mal komm haben wir den Werbebutton oben auch verdient wenn wir jetzt schon so viele Plug-Ins gemacht haben und Werbung auch für uns selber gemacht und beste Grüße an alle Recording-Blog-Mitglieder oder an die Recording-Blog-Familie die schon eine Mix-Kritik-Session mit mir gemacht haben da war ganz ganz viel tolle Musik dabei ganz ganz viele tolle Mixe und das hat wirklich Freude gemacht mit verschiedensten Leuten über verschiedenste Musik-Genres und Produktionen zu sprechen also ganz ganz tolle Sache macht das auf jeden Fall weiter bleibt da am Ball seid kreativ macht Musik das ist das Allerwichtigste also nicht über Musik reden sondern Musik machen ist viel wichtiger könnten wir jetzt eigentlich auch mal machen wir machen jetzt auch mehr so Musik wir verabschieden uns hier aus dem schönen Storia Mastering Studio und wünschen euch noch einen schönen Tag lasst es euch gut gehen genießt den Rest vom Sommer und wir sehen uns die Tage bis dahin macht's gut und jessers ciao